Und somit herzlich willkommen zurück zu... Mist. Noch eins. So, wir haben unseren Schrank jetzt gebaut. So, jetzt bauen wir das Haus noch ein bisschen aus hier. Small Cabin. Da könnte ich ein Haus neben einem Haus bauen. Das will ich nicht. So, so, so... Dingens hier. Das wäre mal... So was wäre mal nice hier. Hm. So was wäre auch cool. Also, ich habe es ja in der letzten Folge gesagt. In dieser Folge werde ich mal ein bisschen bauen, um ein paar Sachen loszuwerden. Ähm. Da brauche ich Holz, acht Nägel und sechs Seile für. Was brauche ich denn nochmal alles für Seile hier? Seile. Blätter und Treebark. Ja, na, also dann, ja. Dann gucken wir doch mal hier. Also zwei Seile... Ein Seil. Was? Ich habe erst ein Seil gemacht. Okay. Ist denn all mein Zeug hingelegt? Hallo? Unglaublich. So. Äh, hier. Mal gucken. Weil nur Feder... Hier, Blätter. Blätter brauchen wir für Seile. Und Treebark. Ein Pots Viehbark. So. Ich glaube, da muss ich meine Axt noch mitnehmen. Da muss ich noch ein bisschen was machen für. So, ja, dann... Es tut mir sehr leid. Die Folge, die wird nicht sehr berauschend sein. Wo habe ich denn meine Axt hingelegt? Äh, da drüben. Und ich habe immer noch Schrobflinten... Nein, die ist nicht... Wo ist denn die? Ich habe immer noch Schrobflintenmunition... Aber keine Schrobflinte. Hier ist meine Axt. So. Also, dann gehen wir doch mal gucken hier. Immer noch ein bisschen was fällen. Mit der Faust. Mit Axt. So, können wir gleich beides hier, so... Weiter bei mir gleichzeitig fällen. Das nenne ich mal effizient, ha? Das nenne ich mal effizient. So. Komm schon. Gib mir ein bisschen Rinde, bitte. Zehe ich natürlich nicht, wie lange ich noch schlagen muss. Ich habe sogar drei Bäume gefällt, oder wie? Klick, 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 klick. Komm schon. Komm schon. Kriege ich nämlich noch ein paar Blätter für. Sieht's mit meiner Gesundheit aus. Ich bin gleich wieder ein bisschen thirsty. So. Nehmen, 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 nehmen. Nehmen. Oh, da liegt ein Blatt auf dem Stumpf. So, das nehmen wir auch gleich wieder. Komm, wir nehmen gleich wieder alles mit hier. Ein Blatt. Kann man ja nicht wissen, ob man's braucht. Das Spiel macht einem so richtig zum Messi. So. Mitnehmen. So. Auch noch ein Blättchen. Ast, Blatt. Ast auf dem Stumpf. Stumpf können wir auch noch kaputt hauen. Oh. Ja, geil. Komm schon. So. Oh, hoch. Okay. So, dann schauen wir jetzt mal hier. Das war falsch. Handtür hier. So. Zwei kann ich auf jeden Fall machen. Alles voll hier. Alles voll mit Baumstumpf. Das aktualisiert sich halt nicht. Geh wir jetzt nochmal rein. Fällt uns nämlich hier, da. So. Haben wir da erstmal ein bisschen Holz rein. Es geht Glas rein und Holz rein. So. Machen wir da alles rein hier, was wir am Platz haben. Dann trinken wir das erstmal, weil wir sind ein bisschen thirsty. Und ein bisschen hungrig. Aber da würde ich gerne das Fleisch essen. Wo habe ich das hingepackt? Ja. Bissen wir das Fleisch noch. Es ist noch zu 52,9% gut. Es ist mehr als die Hälfte. Könnten wir auf jeden Fall noch essen. So. Jetzt habe ich hier wieder einen Platz gekriegt. Zack. Hier haben wir auch noch ein paar Plätze frei. Zack. Zack. Und zack. So. Kann ich die hier... Nein. Kann ich nicht alle. Das ist noch nicht alles hier. Das haben wir hier noch. Können wir hier hin machen. Okay. Alles gut. So. Dann brauchen wir wieder ein bisschen Rinde. Kriege ich einen Wahn bei der Rinde, die ich brauche. Wie schlecht war der jetzt. Hallo. Wie sieht es mit unserer Axt aus? Ist die noch gut? Wollte eigentlich weiter schlagen, aber okay. Vielleicht so eine Schmiede wäre auch geil. Wir haben ja eine Schmiede gefunden. Dafür, ich... Ich eine Schmiede bauen wollte, müsste ich wahrscheinlich erst mal Eisen finden. Baum fällt. Und plopp. Ah, schön ist er gestückelt. Blatt, 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 Blatt. War das ein Blatt? Ich glaube, das war ein Blatt. Hab ich keine Rinde gekriegt? Ah doch, hier. Rinde, Äste, Äste. Äste, Ast. Ja, geil. Ja. Gib mir Rinde. Baum. Gib. Mir. Rinde. Baum. War das Rinde? Ja, geil. Das war Rinde. Haha. So. Hm. Hm. Ach ja. Den ganzen Tag Bäume fällen. Würde ich das im richtigen Leben machen, hätte ich wahrscheinlich Oberarme wie Hulk. Beine hat. Oh, Rinde. 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 This is all. You little tree. Oh. So, machen wir hier gleich weiter. Das war Rinde, ich hab's genau gehört. So. Das war Rinde, ich hab's genau gehört. Meine Rinde. Mein Schatz, ja. So. Ist halt ein bisschen umständlich, an Seile zu kommen. Finde ich wirklich umständlich. Vor allem, ich hab noch nie gehört, dass man Rinde braucht. Ja gut, doch. Castaway. Denken wir an Castaway. Castaway. Ah, Stamina, Stamina, Stamina. I'm so thirsty. Okay, dann muss das fürs Erste reichen. Es ist sowieso gleich wieder... Es ist erst Nachmittag, aber es wird neblig. Es wird neblig. Dann mach ich hier lieber zu. So, die können natürlich die Fenster einschlagen. Darum verziehe ich mich da ein bisschen nach hinten. Aufs Bettchen, in der Hoffnung, dass sie mich nicht sehen. So. Kann ich wieder ein Seil machen, oder? Ja. Ein Seil kann ich machen. Toll. Okay. Da unsere Stamina sowieso gerade, also unsere Rausdauer sowieso gerade ein bisschen im Arsch ist, dann schlafen wir doch mal so ein paar Stunden. Zehn Stunden, das wäre 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr. Mal 13 Stunden durchschlafen, das kann auch nicht jeder. Oh, bitte hör auf. Oh, dankeschön. So, es ist zwar noch Nacht, aber... 100%, 100%. Das muss ich gar nicht reparieren können. Gott sei Dank. Und wir sind thirsty. Und ich glaube, ich habe nichts zu trinken. Das heißt, wir müssen wieder irgendwas suchen, was wir trinken können, weil wir noch kein Wasser destillieren können. Ich könnte mir den hochprozentigen Alkohol reinschütten, einfach so. Warum? Weil es geht. So, es sollte eigentlich gleich Tag werden. Hat jemand wieder eine Tür geöffnet irgendwo? Also ich weiß ja nicht, ob das so sein muss. Ich befürchte immer noch, dass das ein bisschen buggy. Buggy. Ich kann den sogar trinken. Ich kann den trinken. Hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht tun sollen. Aber es fühlt mir meinen Durst nicht auf. Bin wahrscheinlich nur ein bisschen besüffelt. Ich kann den trinken. Ja, geil. So, Stamina ist wieder voll. Was haben wir denn für Zeit? Wir haben 4 Uhr. Gleich 5 Uhr. Das heißt, es wird gleich wieder hell. Versuche jetzt nochmal irgendwie Wasser zu kriegen. Ich hoffe natürlich, dass ich mich mit dem Wasser auch, ähm, ähm, den Durst wegkriege und nicht nur mit Cola. Wäre ja eigentlich auch total unlogisch. Das denken wahrscheinlich nur, äh, viele kleine Kinder. Ich bin durstig, ich muss Cola trinken. Na, nimm lieber Wasser, das ist gesünder. Nein, davon löscht man den Durst nicht. Fill the bottle. Ah, ich kann, ich könnte füllen, wenn ich Flaschen mitgenommen hätte. Ich trottel. Das ist natürlich wieder hier mit der, mit der Ausdauer so ein bisschen problematisch. Wo ist mein Haus? Cabin in the woods, wo hast du dich versteckt? In the woods natürlich. Oh Gott. Das will. Das Haus, da muss das Haus, äh, das Auto, da muss das Haus dahinten sein. Ich gehe mal nochmal schnell zum Auto kommen. Da haben wir auch schon drei Reifen dran. Und wir haben einen Benzin, 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 Benzin-Kanister. Da brauchen wir noch Kerzen und Motoren. Toll. Also ich weiß ja nicht, wie, 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 wie groß die Map ist. Wenn die Map natürlich einigermaßen eine Größe hat, kann man das Zeug auch alles finden. Ein bisschen, ähm, ähm, wir haben ja einen Tunnel gefunden, aber der Tunnel war zu. So, ähm, ich brauche eine Flasche. Ich bin eine Flasche, aber ich brauche eine Flasche. So, ähm, wir haben hier keine leeren Flaschen. Hier eine leere Flasche. Acht leere Flaschen. Das sieht schon mal gut aus. Ich wechsle mal zum Messer. Zum Hammer, würde ich natürlich sagen. Und hier haben wir nochmal vier leere Flaschen. Gucken wir nochmal schnell, was hier, was das kosten würde. Äh, fünf Stöcke. Zweimal denkst du um vier Seile. Warum Seile? Ähm, so. Ähm. Wo habe ich meine Seile? Ich habe vier Seile. Brauche Teilschrott. Und ein Stock. Fünf Stöcke. So. Weil, das mit dem Dehydrieren, ich muss ganz klar hier was bauen, damit ich Wasser abkochen kann. Sonst wird das nix. Cool. So, pflanzen wir hier direkt daneben. So, fünf Minuten geht das. Ja, komm, bau. Tak, tak, tak. Und fertig. Interakt. Cool, da kann ich Wasser reintun. Gift. Oh. Da kann ich sogar Sumpen kochen. Das, das, das nenne ich mal Fortschritt hier. So, jetzt müssen wir aber erstmal runter. Ähm, danach muss ich wahrscheinlich gleich noch, ähm, ähm, na, hier ein Feuer drunter machen. Jetzt gehen wir aber erstmal versuchen, die Wasserflaschen zu füllen. So, Ausdauer ist wieder hin. Wird es jetzt eigentlich bald mal Tag? Ist gleich sechs Uhr, hallo? Ich habe immer das Gefühl, da bewegt sich was im Wasser. Da. Füllflasche. Litt eine. Warum geht denn das nicht? Habe ich jetzt die Flasche? Nein, die Flasche ist ins Wasser gefallen. Oh Gott, ich schwimme einfach raus. Das will ich nicht. Ich habe Angst. Füll the bottle. Also, wir machen das nochmal. Hier hin. Dann wechseln wir auf die drei. Okay. So, jetzt habe ich eine Flasche. Füll the bottle. Füll. Füll, 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 füll. Gut für containing Liquid of Alkohol. Das gibt es doch nicht. Jetzt habe ich eine Flasche kaputt gemacht. Mist. So heißt das Spiel. Das gibt es doch. Warum kann ich denn, bitteschön, hier nicht füllen? Drop. The beat drops. Geil. Na, aber das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Was brauche ich denn für eine Flasche, um da hier Dingens füllen zu können? Kann ich mal was craften? Nein. Hier nicht. Da nicht. Hier. Ich habe so einen, aber... Oh. Ah, ich hätte sowas machen müssen, für Wasser abzufüllen. Nein, da brauche ich einen Eimer für. Alles im Eimer. Toll. Workbench. It's used for make many important items. Quitter to survivality. Player can upgrade the workbench to unlock more items. Wir bauen uns so einen. Dann bauen wir uns jetzt eine Workbench. In der Hoffnung, dass ich dann bessere Items craften kann. Ich glaube, das ist nämlich der Trick dabei. Und wo bitte schon soll ich Eisen herkriegen? Einmal hier aufs Stühlchen hoppen und dann hier drücken, bis Eisen kommt, oder wie? So hier Stühlchen. So hier Stühlchen. Mit Stühlchen ist natürlich die Glaskeramikschüssel gemeint. Das ist hier die Keramikschüssel. So. Jetzt brauche ich nochmal für eine Workbench. Da brauche ich... Repairbench. Oh, eine Repairbench wäre auch nice, aber da brauche ich zwei Zahnräder für. Was ich bei der Workbench nicht brauche. Ich brauche 16 Latten und 10 Mal Metallschrott und 5 Mal Komponenten. 4 Mal Komponente habe ich dabei. Machen wir mal die Flaschen rein hier. Glas rein. So. Dann das habe ich schon mal. Zwei. Will das nicht droppen. Habe das auch noch mit? Wir brauchen 16 davon. Okay. 4. 4, 8, 12, 16. Da brauche ich die eigentlich gar nicht mitnehmen. Dann hier. Bullet 1. War noch mit. Dann Metallschrott. Brauche ich jede Menge. So. Jetzt will ich eine Workbench. Ich will eine Workbench. Ah. Mist. Ich muss ja erstmal... Mist. So heisst das Spiel. Ich brauche eine Säge. Ich brauche eine Säge. Ich raste gleich total aus hier. Ich kann nicht so sehen. Ich muss die Säge hier hinlegen, damit ich eine Säge... nicht mehr benutzen kann. So. 4, 8, 12, 16. So. Drei Stunden dauert das. Da wird es auf jeden Fall Tag sein, wenn wir fertig sind. Gut. Das Leben geht langsam genug runter. Ich bin zwar durstig wie ein alter Mann, aber okay. Okay. Ich trinke jetzt absichtlich nichts, weil wenn ich jetzt was trinke, dann muss ich gleich wieder pipi. So. Jetzt aber. Workbench. 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 Können wir die noch drehen. Bauen wir die hier direkt vor das Fenster? Da kommt nämlich keiner mehr rein. Hoffentlich. Und es ist neblig. Ich mach mal ihm zu. Dann finden wir es gleich raus, ob da noch einer reinkommt. Aber ich glaub, da kommt sowieso keiner mehr rein jetzt. Zumindest hier do ich nicht. Ich kann Nägel... Ich kann Leder machen. Ich kann... Streichhölzer machen. Ich kann Ess... Ich kann Stöcke machen. Keil. Bottle of Water. Ja. Ich brauch nur Komponente dafür. Und ich kann mir einen Bogen machen. Oh. Ich kann mir einen Bogen machen. Ich kann mir einen verkackten Bogen machen. Und Pfeile. Brauch ich Arrowheads für. Krieg ich dann Arrowheads her? So. Dann haben wir hier... Okay. T-Shirt. T-Shirt. Und Schuhe. Oh. Ich kann mir Schuhe machen. Okay. Okay. Das sieht doch schon mal aus. Das ist... Ich kann mir einen Eimer machen. Ja. Okay. Also wir brauchen zweimal Komponente, damit wir... Ähm... Hier so... So... Aber hier hab ich natürlich keine Komponenten drin. Hab ich hier noch ein paar Komponenten drin? Nein, hier hab ich natürlich auch keine Komponenten drin. Hab ich hier noch Komponenten drin? Hier hab ich noch ein paar Komponenten drin. So. Machen wir uns gleich ein paar Wasserflaschen hier. Ich brauch Wasserflaschen. So. Am besten... Drei. Craft yourself. So. Zwei. Drei. Geil. Na, endlich. Wir müssen nicht mehr den Durst leiden. Also wir müssen schon noch. Weil wir müssen noch so ne... So ne... Na, hier. Destillierungs-Raffinerie bauen. Am Glück ist der Nebel durch. Ich hätte nicht mehr lange, lange schlafen können. Ohne selber drauf zu gehen. Aufgrund der Dehydrierung. Dehydrierung. Und, und, und. Und, und, und. Dass man die Flaschen aber nicht findet, das ist so ein bisschen... Ja. Meh. So. Fülle in Flasche. Danke. Zwei Liter grünes Wasser drin. Fülle in Flasche. Danke. Und fülle nochmal die Flasche. Zum Glück ist das grün und nicht gelb. Sonst wäre es was ganz anderes. Oh, und die Zeit ist beinahe wieder um. Ah, das ist schrecklich. Wie schnell die Zeit hier vergeht. Das ist unglaublich. Ich habe mir schon überlegt, ob ich einfach am Stück aufnehmen soll und dann zurechtschnibbeln. Aber, ja. Wäre natürlich auch ne Möglichkeit. Und sonst, helft ihr mir bitte und sagt mir, wie ihr es lieber hättet, ob ich es am Stück aufnehmen soll. Und dann in Folge schnippeln. Wobei, ist dasselbe. Nein, da kann es einfach sein, dass die Begrüßung und die Verabschiedung fehlt. Wenn ich ganz, ganz, ganz schlimm in der Situation dran wäre. Was bräuchte ich jetzt hier für... Nein. Das hier. Brauche einen Eimer. Das heißt, ich muss mir erstmal einen Eimer machen. Dann brauche ich acht Steine. Viermal Firewood. Und Metal Scrap habe ich schon. Gut. Allemal, allemal Eimer hier. Eimer müssen wir hier hin. Ein Eimer. Kann man direkt herstellen. Dann geht natürlich... Da werden unsere Schränke natürlich auch mal wieder ein bisschen leerer. Nehme ich mal eben schnell mit. Braucht er eine Säge? Da brauche ich eine Säge für. Ich habe eine Säge dabei. Ah. Ah doch, die will ich sowieso auch mitnehmen. So, gucken wir hier noch schnell rein. Was haben wir hier noch? Nix von Bedeutung. Steine. Brauchen noch sechs Steine mehr. Ich habe doch noch mehr Steine. Ja, hier, hier. Haben wir acht Steine. Das ist gut für einen, meinen, einen. Was haben wir da drin? Nägel, Nägel brauche ich aber nicht. Gut. Und bauen wir das Ding jetzt hin? Hier hin, wahrscheinlich, ja. Macht am meisten Sinn. Ähm, hier. Dann da. Dann. Ich brauche mehr. Ich habe ja natürlich keinen Schrott mehr, oder? Oh, doch, ich habe noch Schrott. Hahaha. Geil. Und das Feuerholz muss ich auch noch machen hier. So, zack. Komm hier, grab yourself. So. Ich bin total bereit. So. Destillierungsdingens hier. Einmal hier hinbauen. Einmal bitte so. Und bauen. Gut aus. Ja, das kommt gut. Interact. Oh, ich brauche noch Streichhölzer, Feuerholz und Treebark für. Okay. Ich kann das Wasser wahrscheinlich schon mal... Aha. Falsch. Hier. reinmachen. Hallo? Aha. Hier. Ich mache zwei Leder rein. So. Dann mache ich hier nochmal. Zwei Leder rein, bitte. Wie viel Platz hat das da drin eigentlich? Keine Ahnung. Hab nicht aufgepasst in der Schule. Haha. So. Zwei Leder rein. So. Dann haben wir sechs Leder drin. Das ist hart Ledering. Ich denke. Ähm. So. Jetzt brauchen wir... Das habe ich alles hier drin. Das brauche ich. Mal die Hälfte. So. Brauche ich das auch noch? Ich glaube nein. So. Das nehmen wir mit. Jetzt fehlen wir noch das Feuerholz. Und ich brauche noch mehr Bark. Toll. Gib. Gib mir. Gefälligst ein paar Stücke von deiner Rinde. Ich glaube das waren zwei Stück. Jupp. Nimm es mit. Nimm es mit. Ist unten auch noch ein Stück Rinder gefallen? Nein. Ein Blatt. Komm. Blättchen im Wind. Ja. So. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Ich weiß was noch fehlt. Das fehlt noch. Dafür brauche ich Holz. Warte. Da lag doch irgendwo noch hier. Nehmen wir das mit. So. Das muss reichen. Hier. So. Fünf Minuten haben wir Holz gemacht. Geil. Ich sag die ganze Zeit geil. Ich weiß gar nicht warum. Also das Spiel macht wirklich Spaß. So. Hörst du das jetzt schon? Hörst du das jetzt schon? Hörst du das doch alles hier? Hallo? Nein. Das war ich nicht. Und wie bringe ich das Ding jetzt zum Laufen? Warte mal. Ich mach mal hier. Nein. Das war ungeschickt. So. Nochmal. Läuft das jetzt? Ah. Aha. Man muss unten drauf klicken. Ein Trottel. So. Da haben wir die eine Flasche schon mal hier. Das heißt wir können gleich was trinken. Sehe ich da schon wie was Wein rein droppt? Nein. Ich höre nur when the beat drops. So. Jetzt gehen wir aber nochmal hier gucken. Ups. Das war falsch. Ich glaube ich hab noch Fleisch. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Hier im Schrank hab ich glaube ich noch Fleisch. Nur noch zu 32% gut. Oh. Das ist. Das ist. Really bad. Das ist so. So really bad. Ähm. Was legen wir jetzt hier auf dem Grill? So. Anzünden. Ah. Ich brauch noch. Ah. Ich brauch wieder Rinde hier. Äh. Gib mir Rinde. Gib mir Rinde. Ich brauch Rinde. Ein bisschen. Zum Anzünden. Das war Rinde. Flatt. Flatt. Hier. Rinde. Ja. So. So. Bevor das Fleisch ganz hinüber ist. Machen wir hier Rinde. Und dann anzünden. Geil. Es brennt eine Minute. Ich brauche mehr Holz. Komm schon mit. So. Zack. Hoffentlich brennt es noch. Äh. Hier. Ah. Jetzt ist es natürlich aus. Ah. Toll. Entschuldigung. Herr Baum. Ich bräuchte noch ein bisschen Rinde. Hallo. Oh nein. Jetzt fängt das wieder an. Ja. Geil. Dankeschön. Ich solle wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit rennen. Toll. So. Dann Rinde hier und anzünden. So. Das brennt jetzt erstmal zwei Stunden. Wie schaut es hier beim Wasser aus? Das nehmen wir erstmal. Wenn wir nicht gleich den Dursttod sterben. Trinkt ist genug. Fangen wir das gleich wieder da rein. Wie schaut es denn jetzt aus? Ha. Richtig geil. Richtig geil. Da kann man richtig was reißen mit. Fleisch. Essen. Runter. Runter. So. Kann ich das jetzt irgendwie wieder ausmachen? Ne. Das brennt jetzt vor sich hin. Ich hab sonst nix was ich damit anstellen könnte. Wir können noch schnell. Schnell schnell schnell. Ich weiß es wird gleich wieder. Ups. Das war falsch. Äh. Gleich wieder. Nacht. Wir rennen noch schnell hier zum Laster. Ich hab da so'n Laster, weißt du? Ähm. Hoffen, dass wir nicht gleich auf den Bär stoßen. Weil ich will mir unbedingt ein Bogen machen. Das kann ich nicht mehr mitnehmen. Kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Bin ich schon wieder voll? Ich bin schon wieder voll. Ach, wir essen hier noch schnell ein bisschen Fleisch. Das hält mich gesund. Kann man gleich wieder Fleisch mitnehmen. Ähm. Sonst noch was? Sonst noch was? Sonst noch was? Was, was ich nicht brauch? Nein. Ansonsten ist gut. So. Gehen wir zurück. Ganz, ganz fix. Was hinter uns wieder. Lääh. Äh. Lääh. Macht. Weil da hab ich jetzt gerade echt keinen Bock drauf. Nicht nachdem ich jetzt so. Obwohl ich nicht so gut spiele in dem Spiel. So gut angestellt hab. So. Fleisch. Uff. Das behalten wir jetzt mal im Auge. Mal gucken wie lange es geht bis es durch ist. Ist noch wrong. Das ist noch raw. Ist immer noch raw. Und noch raw. Das ist immer noch raw. Tun wir mal drauf. Das ist raw. So. Ich nehm die Holzkohle schon mal mit. Medium. Jetzt nehmen wir es wahrscheinlich runter, oder? Erstens direkt mal. Mal gucken. Es ist schon wieder durch. Na toll. So. Dann lassen wir das da hinten noch ein bisschen machen. Und vor sich hin tun. Machen wir hier Türe zu. So. Für einen Bogen. Was brauch ich denn für einen Bogen? Ich werde meinen Bogen craften. Zweimal. Viermal Seil. Zweimal. Dried. Was sind das? Oh mein Gott. Ah. Die muss ich trocknen. Ja. Toll. Ich kann mal eine Crowbar kann ich mal auch machen. Gaskanister. Säge. Lockpick. Oh. Upgrade Workshop to Unlock. Wie kann ich denn den upgraden? Das ist klar. Aber für die Pfeile. Da bin ich noch ein bisschen Arrowhead. Warte mal. Mal Animal Trap. Ah. Das sind wahrscheinlich die kleinen Tierschirm, die immer rumrennen. Hüllrennen. Ich habe echt keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich hier die Munition, also wie ich hier Pfeile herstellen kann. Das sehe ich jetzt auch nirgends irgendwo hier. Mist. Was ist das? Basic Wooden Arrow. Ah. Ich kann Holzpfeile auch machen. So. Das machen wir dann in der nächsten Folge. So. Ich habe schon wieder überzogen. Es tut mir leid. Ich danke euch ganz herzlich fürs dabei sein. Ich wünsche euch jetzt eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich bin schon wieder ausgetrocknet. Ich hoffe, ich kriege das gleich mal wieder in den Griff. So. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt raus. Tschüssi und bis dann. Tschüssi. Shibe. Tschüssi. winners.